Herzlich Willkommen bei Canisius TV zu einer weiteren Ausgabe unserer Johannes-Splitter. Und unser Splitter befindet sich im dritten Kapitel, der Satz Nummer 30. Und ich zeige Ihnen jetzt ein bekanntes Bild mit etwas drauf gemaltem, das theologisch falsch ist. Sie kennen dieses Bild. Es ist der Täufer Johannes. Der steht da darunter. Ich hoffe, Sie können ihn sehen. Und da steht allerdings schwer erkennbar ein lateinischer Spruch. Das ist unser Johannes-Splitter von heute. Da steht nämlich, er gemeint ist. Da zeigt er ja auch hin, auf Jesus. Er muss wachsen. Ich aber, der Täufer, also muss kleiner werden. Das ist, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist unser heutiger Johannes-Splitter. Ein sehr wichtiger Satz. Drei Punkte dazu. Erstens, time to say goodbye. Der Täufer Johannes, der hat eine der größten, dem Menschen möglichen Lebensleistungen vollbracht. Er hat auf der Höhe des Erfolgs, als ihm gleichsam alles zu Füßen lag, worauf er ein Leben lang hingearbeitet hat, hat er die Bühne frei gemacht für den kommenden, den noch größeren, den eigentlich großen Jesus. Ich bin nicht der, für den ihr mich haltet, so Johannes auf Anfrage, wer er denn sei. Man hat Ehrungen an ihn herangetreten, er hat sie alle abgelehnt. Man wollte ihn auf den Schild heben, er aber ist auf dem Teppich geblieben. Zweitens, loslassen ist nicht immer einfach. Es ist schwer abzutreten, wenn es Zeit ist. Viele Politiker und Politikerinnen verpassen den richtigen Moment für den Abgang und werden dann würdelos aus dem Amt gewählt oder gar gejagt. Auch in Kirchengemeinden gibt es das oft. Kinder sind Gäste, die nach dem Weg fragen, so heißt eine Erziehungsweisheit. Kinder sind keine Sklaven. Kinder dürfen, ja müssen ihre eigenen Wege gehen. Alle Eltern sehen das ein und doch ist es so unheimlich schwer, wenn die herangewachsenen Kinder dann doch ihren Weg in die Freiheit antreten. Ich erinnere mich an unser Zuhause. Wie lange haben doch mein Vater und mein Bruder gegenseitig sich bei der Übergabe des Betriebes sich blockiert. Mein Vater wollte nicht loslassen, weil mein Bruder sich nicht so richtig ins Geschäft reinkniet. Ja, mein Bruder wollte nicht so richtig zupacken, weil er ja nichts zu sagen hat. Drittens, auch Nebenrollen sind wichtig. Johannes wusste sich als Teil eines größeren Ganzen der Geschichte Gottes mit den Menschen, der Heilsgeschichte. Er hat eine Nebenrolle zu spielen, keine Hauptrolle. Aber es braucht auch Nebenrollen. Es gibt keinen Film, wo es nur Hauptrollen gibt. Wenn jeder im Film die Hauptrolle spielen möchte, dann wird nie ein Film zustande kommen. Und auch die Oscar-Premierer, die haben das eingesehen. Und deshalb vergeben sie immer einen Oscar, auch für die beste Nebenrolle. Diesen Oscar hat auch Johannes der Täufer bekommen. Und zwar von keinem Geringeren als Jesus selbst, der da einmal sagt bei Johannes im siebten Kapitel, Unter allen Menschen gibt es keinen Größeren als Johannes. Doch der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. Ich bin Teil eines größeren Ganzen. Die wahren Stars und Großen sind die, die ihre kleine Rolle erkennen und ausfüllen. Die nicht die Hauptrolle spielen wollen und gerade durch diese Bescheidenheit überzeugen. So wie der Täufer Johannes. Ich bete, allmächtiger Gott, es fällt uns nicht leicht, den richtigen Moment für den eigenen Rückzug anzutreten und die Bühne für den Nachfolger, die Nachfolgerin freizugeben. Wir bitten dich, für alle Platzhirsche, die den Schuss nicht gehört haben, gib ihnen einen Ruck, damit sie den Mut und die Demut aufbringen, anderen den Vortritt zu lassen. Für alle, die in den Startlöchern stehen und loslegen wollen, zähme ihre Ungeduld. Lass sie aufmerksam warten und beherzt zugreifen, wenn die Gelegenheit gekommen ist. Für alle, die in unserem Leben eine Nebenrolle spielen, lass auch ihnen Dank und Respekt zukommen. Wir beten in einer kurzen Stille in unseren persönlichen Sorgen und Nöten. Für die Verstorbenen, wir denken heute an alle, die uns den Weg gebahnt haben, den Platz bereitet haben und die abgetreten sind, um uns den Vortritt zu lassen. Gott Johannes hat Jesus den Weg bereitet, lass auch uns Christus den Weg bereiten, darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Heute, wenn sie jetzt dann hinausgehen, werden sie wieder Menschen den Weg bereiten dürfen, bereiten müssen. Der Apostel Johannes, der Täufer Johannes, der hat darin keine Erniedrigung gesehen, keine Schmach gesehen, der hat nicht gefragt, warum muss ich das tun und wieso kann ich nicht auf dem roten Teppich stehen. Er hat darin einen Dienst gesehen. Er, Christus, er muss größer werden. Ich, ich muss kleiner werden. Es geht nicht um mich, es geht um Christus. Der Herr, segne dich und behüte dich. Der Herr, lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr, erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen Frieden. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Alles Gute, Tschüss und bis bald. Alles Gute, Tschüss und bis bald.